Einen schönen guten Abend, wir melden uns mit den aktuellsten Infos zwischendurch. Kiew meldet einen weiteren Schlag gegen das russische Militär. Mit einem Artillerieangriff im Gebiet Kherson soll die Ukraine den russischen Streitkräften empfindliche Verluste zugefügt haben. Offizielle Opferzahlen hat Moskau bislang noch nicht bestätigt. Der Luftangriff auf die russische Truppenunterkunft im Donbass, eine Blamage für das russische Militär, die man schnell vergessen haben will. Ganz verschweigen lässt sich der heftige Angriff aber nicht mehr. Deshalb räumt Moskau in einem ungewöhnlichen Schritt militärische Verluste ein. Aber die Angaben über die Opferzahl gehen weit auseinander. Während die Ukraine von mindestens 400 getöteten Soldaten spricht, bestätigt der russische Militärsprecher 63 getötete Rekruten. Aber selbst kremeltreuer Beobachter glauben an eine höhere Opferzahl und kritisieren schwere Versäumnisse. Denn die Rekruten seien in einem ungeschützten Gebäude neben einem Munitionsdepot untergebracht gewesen, heißt es. Trotz Zensur wird deshalb Kritik an der Militärführung in Russland zumindest etwas lauter. Eine ebenfalls ungewöhnliche Entwicklung für Russland. Der Preis für eine Megawattstunde Gas hat sich im vergangenen Jahr vervierfacht. Zuletzt ist der Preis aber wieder gesunken, auch wegen der milden Temperaturen und der niedrigen Nachfrage. Bis diese Senkung bei den Endverbrauchern ankommt, wird es aber noch einige Monate dauern. Denn Gas, das jetzt an die Kundinnen und Kunden fließt, haben Energieunternehmen über die vergangenen Monate eingekauft. Das heißt, wenn wir jetzt auf der Großhandelsebene günstige Preise sehen, dann wirken sie sich erst zeitverzögert aus, weil man ja in der Vergangenheit teurer beschafft hat. So der Experte. Für Neukunden sieht Urban Cic aber schon bald günstigere Gaspreise. Große Aufregung hat der Besuch des neuen israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gwir auf dem Tempelberg in Jerusalem ausgelöst. Trotz vieler Warnungen ist der ultranationalistische Minister über den Tempelberg spaziert, der den Muslimen und Juden gleichermaßen heilig ist. Das hat viel Kritik bei Palästinensern und Vertretern muslimischer Staaten ausgelöst. Das palästinensische Außenministerium etwa nannte den Besuch eine nie dagewesene Provokation. Nach den Unfällen mit schweren Verletzungen und Todesfällen in der Silvesternacht in Österreich gab es gestern schon wieder einen Unfall. In Wien haben sich zwei zwölfjährige Burschen bei einem Böllerunfall schwer an der Hand verletzt. Branchenvertreter fordern jetzt ein deutlich strengeres Vorgehen gegen illegale Böller. Nach dem tödlichen Unfall mit einer illegalen Kugelbombe in Niederösterreich hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Ermittlungen gegen Unbekannte aufgenommen. Der Verdacht grob fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung. Noch immer schweben zwei Jugendliche in Lebensgefahr. Der Branchenvertreter fordert die Politik auf zu handeln. Die Nachbarländer müssten die Gesetze verschärfen, der illegale Handel stärker kontrolliert werden. Die Präsenz ist schon da vor Silvester, aber zu kurzfristig. Da müsste man schon im Oktober mit Kontrollen anfangen und im November und vielleicht auch mit der gegenseitigen Regierung sprechen, dass da einfach was geschehen muss. Wir haben einen Toten heuer wieder, tragischerweise. Das kann ja nicht so hingenommen werden. Außerdem müsse man stärker gegen Online-Händler vorgehen, die illegale Böller verkaufen und auch hier die Strafen erhöhen. Nach den Ausschreitungen mit Böllern in Wien-Favoriten fordern Landes-ÖVP und FPÖ strengere Gesetze. Und jetzt zum Sport. In Innsbruck haben sich heute alle sieben Österreicher für den dritten Bewerb der Vier-Schanzen-Tournee qualifiziert. Stefan Kraft und Jan Hörl zeigen dabei Punkte gleich als Sechste auf. Bei wechselnden Windverhältnissen beweist Stefan Kraft sowohl im Training als auch beim Quali-Sprung, dass er die Schanze am Bergissel im Griff hat. Auch Jan Hörl dokumentiert seine aufsteigende Form mit einem soliden Sprung. Am weitesten fliegt heute der Pole David Kubatsky, der morgen Jagd auf den turnieführenden Norweger Halvor Egner Granarut macht. Das war's von uns für den Moment. Nach dem Wetter geht's hier weiter mit der Bakery and the Beauty. Liebe frisch gebacken, gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017